Das am weitesten entfernte Objekt, das Menschen je untersucht haben, ist noch ungewöhnlicher, als wir berichtet hatten. Erste Bilder sprachen ja für ein Schneemann-ähnliches Objekt aus zwei verschiedenen großen Teilen. Doch es ist ganz anders und es gibt der Wissenschaft jetzt Rätsel auf. Flixum Science & Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Wir hatten ja darüber berichtet. Der Asteroid Ultima Thule ist 6,4 Milliarden Kilometer entfernt und zieht im Kuipa-Gürtel, dem Asteroidengürtel rund um unser Sonnensystem seine Bahn. Noch nie wurde ein Objekt von einer Sonde untersucht, das so weit entfernt ist. Das alleine ist schon der Wahnsinn. Zur Erinnerung, beim Vorbeiziehen an Sternen machte das Objekt etwas sehr seltsames. Es ist rund 30 Kilometer lang und hat eine sehr seltsame Form. Das wurde 2017 und 2018 festgestellt. Mit zahlreichen Teleskopen wurde dabei die Flugbahn von Ultima Thule beobachtet oder wie die korrekte Bezeichnung ist 2014, MU69. Der Asteroid ist allerdings so weit von der Sonne entfernt, dass er kein Licht reflektiert oder nur ganz ganz wenig. Allerdings verdeckt er immer wieder Sterne und dabei wurde festgestellt, dass sie nicht einfach hell und wieder dunkel werden, sondern abgedunkelt werden, dann wieder etwas heller werden, dann wieder etwas dunkler und dann erst wieder endgültig hell. Ultima Thule muss also eine sehr seltsame Form haben. Und die damals vermutete Form ist noch seltsamer, wie jetzt bestätigt wurde. Es besteht nicht nur aus zwei exakten Kugeln, wie zunächst vermutet, sondern dieses Objekt ist noch verrückter. Das war schwierig festzustellen, denn Ultima Thule dreht sich sehr speziell und rotiert wie ein Propeller. Zeigt uns also immer dieselbe Seite. Und so ist die Reflektion immer gleich. Jetzt hat die NASA aber beim Vorbeiflug einen Blick von hinten gegen das Sonnenlicht erhascht. Und dieser Blick zeigt ein noch seltsameres Objekt. Ultima Thule besteht nämlich nicht aus zwei Kugeln, sondern aus einer zerbeulten Nuss, so sieht jedenfalls das kleinere Teil aus, und aus einem Pfannkuchen. Das größere Objekt ist nämlich ziemlich flach. Zwar ist in dem kurzen NASA-Video nur die eine Seite beleuchtet, aber durch die Abdeckung von Sternen konnte das Forschungsteam ermitteln, dass der große Teil von Ultima Thule extrem flach ist. Jetzt hat die NASA also die neu ermittelte Form veröffentlicht und jetzt gibt's mehr Fragen als Antworten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können sich nicht erklären, wie ein solches Objekt entstehen konnte. Eigentlich müsste es viel runder sein. Wir haben noch nichts Vergleichbares gesehen, dass die Sonne umkreist. Das sagt Alan Stern, Chefwissenschaftler des Teams der New Horizons-Sonde, die die Bilder gemacht hat. Jetzt wird also erstmal überlegt, was das Objekt so geformt haben könnte. Wenn es neue Erkenntnisse dazu gibt, erfahrt das natürlich hier, also abonnieren nicht vergessen. Hier geht's weiter mit unsichtbar durch Zeitlöcher geht das bei 9G-Zone. Richtig cooles Video draufklicken, anschauen und unbedingt abonnieren. Ansonsten bis dann, bleibt dran!